5, 4, 3, 2, 1 Okay Ist scheißegal, wenn ich das Bleach charge Der dritte nicht so mega weit weg 1, 2, 3 Wenn du portest, ist es 1 Meter weiterlaufen, das reicht schon Eine kleine Sache für Mensch Mensch oder Chaos, einer von euch noch Alles gut Okay, noch ein Renncharge 1, 2, 3 1, 2, 3 Cleanse und Wir werden noch nicht lasten hier, noch nicht, noch nicht ruhig Bleibt auf, meldet es ruhig Ein Charge noch Danach ein Frontel Cleanse so viel ihr könnt Frontel kommt Und Bloodlust, 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 Bloodlust Jetzt richtig Gas geben Überlebt das, Einschläge, Einschläge, Einschläge Frontel, ich finde schnell driss Erruption kommt gleich Die Dispeler auf, guck mal, wir haben nur eine Bombe, das ist probiert, warum wir jetzt nur eine Bombe haben 3, 2, 1, Dispel, Zoom Das ist insane, wir haben nur eine Bombe, ich weiß nicht warum Da werden wir automatisch, das haben wir vorhin auch schon mal gehabt Mach das Setdown Tanks müssen langsamer ziehen, wir können nicht immer so viel Geht einfach drauf, Damage ist nicht so wichtig Vorsicht, Ding spawnt, Boss spawnt, nicht dass ihr hier wieder klappt seid Ich stehe hier schon 5, 4, 3, 2, 1 Ich mach dein nächstes, 2, 1 Kommt hier hin 3, 2, 1 Dispel, so gut war Ja, perfekt Okay, sehr geil, Entschuldi Gutes zurückziehen, sehr schön Dann grenzen, ne? Und überlebt das Alles ziehen, was ihr habt Temple Unnormally, die ein bisschen wegkicken, wenns geht, die ist hinten gespawnt Must dispel, guck auf die Bomben 3, 2, 1, Dispel, raus Bis in your gate, ein bisschen weiter raus Voll auf Tadrion Ich sehe, wo du bist Mach die Remnants noch da, genau Einstecke, 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 nicht sterben an diesen Einstecken, das ist super viel Okay Finish da drinnen, finish da drinnen, finish da drinnen hier ist man genau mit sich können wir den eine richtung mit display auch auf stellen in 321 display und rüber verteilt euch sind nur vier punkten du kannst die bombe noch wegkicken ja vorsichtig menschen aus und zwar lieber der läuft hier bei stern so ein überstehen 321 display wartet noch rechts links und jetzt rüber wer keine die bau hat die bombe da wieder weg wie spiel es einfach so ist aus der mitte kommt die op achtung noch eine helo kommt jetzt gleich versucht ihnen die andere richtung wurde hier ob es wert kann die überfahrt kann die einfach kicken wie das bellen in 5 4 3 2 1 die beiden bomben in dieselbe richtung wenn es geht wer kann die kraft kannst die beiden bomben ist jetzt eigentlich weg weil wir den dings beten jetzt müssen raus noch eine ort ich hoffe die richtige richtung Immer vor ihm, 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 5, 4, 3, 2, 1, Dispel, ich zieh weg, ich zieh weg, lass ihn, lass ihn weg, lass ihn weg, mach die Ads noch und dann ziehen wir, mach eine Box, ja, ich was? Einfach ziehen, einfach durchziehen, yes, go! Nice! Oh, Trinket! Geiler, Trinket! Oh, Trinket! Was macht das? Ja, äh, äh, geil, das war ein super-cleard Schweizer. Ich muss sagen, ich habe null Uptime gehabt, aber ich habe 24-7, zwei Stacks genommen von überhaupt, ja? Ja, Beste, du bist der Geilste. Also es war, ich weiß nicht warum, wir hatten das vorhin auch, das habe ich euch ja gesagt, es gab auch Trice, wo wir eine Bombe geskippt haben und wenn wir wissen, wie das, ich weiß nicht, wie das geht, ich habe keine Ahnung, äh, SpellQ, I don't know, wenn wir das irgendwie hinbekommen, dann ist das giga-free. Geht schon mal sterben, dann können wir uns vielleicht noch 1, 2 Trice raschocken. Ja, auf jeden Fall, ja, wir gehen noch auf jeden Fall raschocken, natürlich, wir haben 20 Minuten. Und dock die Ops-Bahn immer vor ihm, also der... Ja, wir können nicht sterben, wir müssen das reinnehmen. Warum können wir nicht werden? Keine Ops, oder was? Das sind keine Mobs. Und what the fuck? Wir können einfach rüberlaufen oder nicht? Einfach hier das Seil nehmen, rechts. Rechts das Seil nehmen. Runterspringen und rechts das Seil nehmen. Ja, das passiert, wenn man da hochläuft, das ist gar nicht. Und dann...